Ich bin ein Bachelor in Betriebswirtschaft, habe aber gemerkt, dass das sehr viele auch haben. Darum habe ich noch ein Masterstudium dazu gemacht, um das Wissen zu vertiefen. Die Gruppe Mutuel hat mir die Chance gegeben, bei einem strategischen Innovationsprojekt mitzuarbeiten. Ziel dieses Projekts war die Erarbeitung von neuen Geschäftsmodellen. Während dieser Zeit war es sehr wichtig, kreativ zu denken und auch offensiv für verrückte Ideen. Beruflich bin ich während dieser Projektphase das erste Mal mit neuen Technologien wie Blockchain, IoT und Big Data in Berührung gekommen. Auf den zweiten Blick waren gewisse Ideen auch gar nicht mehr so verrückt, sondern genau das, was man braucht, um sich abzuheben. Dank meinem BWL-Studium konnte ich sehr viel Wissen in diese Projekte einfließen lassen. Vielen Dank. Vielen Dank.